Willkommen auf meinem Kanal! Du möchtest einmal live dabei sein? Dann schau gerne auf twitch.tv slash vipscard vorbei. Das würde mich sehr freuen und jetzt viel Spaß mit dem Game! Oh, mal wieder eine Videosequenz! Auf jeden Fall planen die Brigaden etwas. Wenn man jetzt natürlich noch wüsste, was die da sagen, ne? Sehr geheimnisvoll. Jetzt zieht sie doch wieder weiter, weil sie nicht damit vereinverstanden ist, was die beiden da ausklügeln. Ach, guck mal an, sie ist jetzt auch fast an der Grenze. Ich hoffe, sie schafft es. Und da sind wir jetzt dran. Aha, aha, an ihr vorbeigefahren. Genau, lass uns hier einfach raus. Mal gucken, welchen Weg wir jetzt überqueren, ob wir ihn überleben. Oder kommt sie uns sogar entgegen? Das wäre noch schöner. Hallo Polizei! Road 96. So weit, so gut. Das war schon mal ein ganz guter Run bis hier. Genau, machst nichts falsch, wählt einfach mich. Ich wähle einfach meine Katzen. Ich stelle meine Katzen zur Residentschaftswahl beim nächsten Mal an. Äh, melde ich die an. So, hier können wir jetzt nicht weiter. Ich versuche mal, geradeaus zu laufen und wieder runter zu springen. Genau, jetzt können wir wieder hier runter rutschen. Genau, das ging nämlich beim letzten Run eben nicht. Oh, ja, cool, dann kommen wir ja doch noch entgegen. Dann kommen wir ja doch noch entgegen. Aber wie, wie kann ich denn, ach, runterkommen. Ich muss hier unten hinklicken, okay. Äh, du hast mich erschreckt. Äh, Höhle? Was für eine Höhle? Ich weiß auch, wo sie ist. Aber es ist schön, dass wir jetzt gemeinsam gehen. Äh, eine... Was ist passiert? Äh, willst du darüber reden? Er hat sie doch gerade verneint. Das musst du nicht. Wie, du lässt die Katzen auch zur Wahl stellen? Dann kann ich ja nicht mehr gewinnen. Das ist, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, weil dann werden sie hoffentlich gewinnen. Katzen an die Macht. Katzen haben so eine beruhigende Ausstrahlung. Das würde einiges besser machen. Ja, das ist ein schöner Wasserfall. Cool. Das finde ich schön, dass wir gemeinsam den Weg hier gehen. Wahrscheinlich setzen wir uns jetzt auch hier vorne an den See. Ja, für irgendwas muss dieser Stuhl ja Sinn ergeben. Oder? Hm, Aussicht checken. Ja, sehr hübsch. Sehr beruhigend. Äh, oh. Ach, die geht ja schon weiter. Moment. Aber hier konnten wir nicht lang. Da endet der Weg. Ähm, ich stimme voll zu. Oder kann sie jetzt hier plötzlich drüber springen? Ach, jetzt können wir über den Baum stammen, hä? Das konnte ich die letzten Runs, glaube ich, nicht machen. Oder vielleicht habe ich es mich einfach nie getraut. Ich wusste nicht, dass es geht. Manche sind gut, manche nicht so gut. Schüsse. Waren irgendwo Schüsse gerade im Hintergrund? Schüsse. 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 Wir sind ja schon öfters jetzt durchgekommen. Bis auf einmal. Äh, Moment. So. Ich dachte, ich hänge gerade an so einem Stein fest. Was schreibt sie da hin? Toll, jetzt überschreibt sie meine Graffitis. Ja, okay. Nehmen. Ähm, genau. Wir sind immer noch Team wählt. Use your vote. Können wir noch einen Stein hier zulegen? Ja. Äh, einen Stein hinzufügen. Hehe. Nein, wir werden ihn nicht zerstören. Aber vielleicht können wir uns hier auch... Ach, die Ecke hier zum Ausruhen ist weg. Busch, genauer untersuchen. Das konnten wir vorher auch nicht. Ach, schade. Schade, schade, schade. Streichhölzer nehmen. Okay, vielleicht brauchen wir die noch. Ähm... Hier hatten wir Geld versteckt. Geld für andere liegen lassen. Das hatten wir dann aber schon genommen. Aber wir haben genug Geld. Erstmal. Ich würde wieder ein bisschen Geld liegen lassen. Äh, 20 Dollar. Könnten irgendjemanden auf jeden Fall wieder helfen. So. Können wir noch irgendwas hier machen? Ach, ein Notizbuch. Hier ist ein Notizbuch. Es fühlt sich falsch an, es zu lesen. Aber es wurde hier zurückgelassen. Was steht drin? Ich wäre ja auch schon neugierig, was da drin steht. Oh. Ich hoffe, sie haben es rüber geschafft. Me too. This country has ruined so many lives. Come on. Let's go back and start a fire. It's cold in here. Jo. Grab some sticks. And we'll need a light. Das haben wir jetzt. Wir haben hier jetzt ein Feuerzeug. Und ich wollte mir hier noch dieses Icon angucken. Hier sieht man... Was ist das? Ist das ein Mann mit einer Waffe? Das ist ein alter Opa mit einem Stock. Ähm... So, wir wollen ein Feuerchen machen. Hier. Ähm... Ja. Warm and toasty. Ich möchte auch warm and toasty sein. Hier ist auf jeden Fall einiges an Holz. Das können wir alles mitnehmen. Ähm... Hier ist noch was. Oh, wir sind kurz vor der Grenze. Aber der... Der Tunnel ist eingestürzt. Wir müssen eh ein Feuerchen machen. Wo ist sie denn hin? Ach, da. Da ist sie. Ich würde so gerne mal Urlaub in Japan machen. Ich würde gerne mal Urlaub in Japan machen. Irgendwann möchte ich gerne mal nach Japan. Das wäre noch so ein Träumchen. Ich hoffe, wir haben genug Holz. Oder? Ich hoffe, das reicht. Und ich hoffe, dass wir nicht auf uns aufmerksam machen, weil ich höre die ganze Zeit schon irgendwie Schüsse im Hintergrund. Ja. Mögliches Feuerchen. Was denkst du? Bist du noch hier, Zoe? Hallo? Bist du noch da? Ja. Sorry. Look. Can I tell you something? Voll schön, so hinterm Wasserfall Feuerchen zu machen. Ich seh mir das grad voll chillig vor. Jetzt noch ein Burger. Ich bin ganz ohr. Ja, weiß ich noch. Was ist das? Vertrauliches Dokument. Memo. Moment, ich muss gedrückt halten. Was die bevorstehende Pumpeneinweihung betrifft, ist es am besten, keine Fragen zu 1986 zu beantworten. Die Chancen, dass du dazu befragt wirst, sind gering. Vor allem nicht von Sonja Sanchez, haben wir eben schon kennengelernt. Aber jegliche Antwort legitimiert die Frage und sät Zweifel im Kopf der Wähler. Und das können wir nicht zulassen. Nicht, wenn wir hoffen, diese Frau zu schlagen. Wir alle wissen, dass an dem Tag Leben verloren gingen, Frederik. Brigaden hin oder her, aber was wir an dem Tag getan haben, indem wir den Berg hoch jagten, war es wert. Stell dir mal vor, was sie uns antun würden, wenn sie jemals an die Macht kämen. Der Präsident. Mal sehen. Irgendwann, irgendwann wird es hoffentlich nochmal eine kleine Reise nach Japan. Kleine Reise. Man muss sich da, glaube ich, schon so mindestens drei Wochen für Zeit nehmen auch. Was ist das? Wie bitte? Wer hat das getan? Ja, die Regierung hat es ja dann getan und vertuscht. Das hatten wir ja in einem Ranschau gesehen, dass da oben quasi auf dem Berg Sprengstoff ist. Warum würde er das machen? Naja, um weiterhin an der Macht zu bleiben und die Menschen zu verarschen. Äh, die ganzen Verschwörungstheorien sind wahr. Das müssen wir publik machen. Woher hast du dieses Dokument? Was wirst du tun? Äh, ich kann dir auch helfen. Gehörst du zu den Brigaden? Ich meine, wir wollen ihr auch bestimmt helfen. Ich glaube auch, es wird jetzt mit jedem Run immer schwerer, über die Grenze zu kommen. Bei den ganzen guten Wegen sind wir ja schon gegangen. Und die gehen halt nur einmal. Ich kann jetzt nicht schlafen. Ich meine, bei so einem Anblick könnte ich jetzt auch nicht unbedingt einschlafen. Äh, du hast recht. Ach, sind morgen schon die Wahlen im Spiel? Haben wir doch schon das Ende jetzt erreicht? Schlafgut. Okay, wir erholen uns mal um drei Punkte, drei Lebenspunkte. Die brauchen wir, glaube ich, um über die Grenze zu kommen. Das wäre jetzt natürlich doof, wenn die uns kurz vorher jetzt noch töten würden. Ich hoffe, der Killer kommt jetzt nicht. Der kann mir schön entfernen bleiben. Oh nein, sie ist weg. Hello? Who knows? Wo ist sie hin? Lieber, ich stelle gerade fest, dass ich nie deinen Namen erfahren habe. Vielleicht ist es dämlich, aber ich habe beschlossen zu gehen. Ich wollte mitkommen. Ich denke einfach, es ist besser, wenn ich alleine die Grenze überquere. Es ist gefährlich und ich möchte nicht, dass dir etwas Schlimmes zustößt. Fühl Glück beim Überqueren. Ich werde an dich denken, mein Freund. Und ich hoffe, dich eines Tages auf der anderen Seite wiederzusehen. PS. In der Nähe des Ausgangs gibt es einen großen Felsen, der etwas wackelig aussieht. Ich hoffe, dass er sich nicht bewegt, wenn ich gehe und dir Probleme bereitet. Dann wäre er nämlich genau auf uns zugerollt. Vielleicht findet Jared Zoe. Nein! Der Killer soll sie nicht finden. Nein. Zoe muss überleben. Ich mag sie. Okay. Meinst du? Sie meint wahrscheinlich den Felsen. Genau. Gegen den Fels lehnen. Kommen wir da durch. Okay. Okay. Wir haben einen Walkman gefunden. Cool. Sonderstücke. Kann ich dann jetzt quasi beim Laufen Musik hören? Einfach so ein schöner Soundtrack. Jedes Lied. Außer das. Das ist jetzt nicht so meins. Was haben wir denn eben gefunden? Das letzte Lied? Ich glaube, das war das hier, ne? Ost anhören. Aber es ist nicht ein Walkman drin. Na gut. Vielleicht brauchen wir ihn für später noch. Aber das Spiel hat so einen schönen Soundtrack. Verlassen und die Straße entlang gehen. Ich glaube, was anderes können wir hier auch nie machen. Wir sind ja schon so oft hier diesen Weg gelaufen. Aber. Guck mal hier. Ne. Ne, man kann nur den einen, den Weg halt hoch gehen. Was anderes gibt es gar nicht. Na gut. Mal gucken. Mal gucken, ob wir die Grenze jetzt noch überqueren. Na, null Kilometer. Sehr gut. Ach, wir haben sie wieder eingeholt. Oder wo ist sie? Haben wir Zoe wieder eingeholt? Ja, witzig. Du bist ja abgehauen. Sorry, du bist ja immer noch hier. Ich dachte, du wärst schon weg. Das macht zwei von uns. Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Mann. Hör, ich hoffe, du bist nicht mit mir über die Kavie. Ich war nur, dich zu helfen. Und jetzt sind wir ja trotzdem wieder zusammen, Mensch. Es hat mich verletzt. Verletzt, aber ich verstehe schon. Dort ist recht zu gehen. Ich will jetzt nicht nachtragend sein. Warum hast du die Grenzen nicht überquert? Wer war der Typ da hinten? Hast du einen verloren? Weil ich habe ganz plötzlich einen Walkman gefunden. Welches Signal? Äh, ich kann dir helfen, einen Walkman, wie der hier. Äh, auch hier. Hier helfe ich auch, wo ich kann. Die Musik mag ich wieder. Alles klar. Ich folge dir. Okay, wo rennt sie denn hin? Ach, krass, wie sich das dann doch mit der Zeit verändert. Weil, als wir die letzten drei Male hier angekommen sind und schon drei Leute durchgeschleust haben, waren jetzt hier noch Verkäufer. die uns auch gesagt haben, ähm, welcher denn jetzt der nächstbeste Weg ist, den wir nehmen können, um die Grenze zu überqueren. Und die haben uns noch was zu essen hier verkauft. Und selbst die Verkäufer sind jetzt weg. Äh, wie willst du die Grenze überqueren? Sie existiert jetzt schon zehn Jahre. Eine Mauer. Ich glaube, das ist unser letzter Run, fühlt sich so an. Dass wir jetzt doch nur fünf Charaktere durchgeschleust bekommen. Oder nur vier. Genau, hier sind wir ja auch letztes Mal langgelaufen, um durch den Tunnel zu gehen. Oh nein, der ist schon wieder. Geh weg. Ach, eben ist es... Sie kann durch. Sie ist mit mir, Sean. Okay, cool, danke. Ist das dein Freund? Nee. Frag nur. Wer hupt denn hier? Ist hier irgendwo ein Hafen? Sind die ganzen LKWs, die da versuchen, über die Grenze zu kommen? Krass, die ganzen Leute sind alle weg. Alle weg. Ach, hier ist noch einer. Der lebt auch noch. Gut. Der lebt auch noch. Hier sind auch ganz viele, doch noch. Gemütlich. Na klar. Klar, kannst du zurückhaben. Entschuldigung. Ähm, Volksmusiksender. Oh Gott, was kommt denn da? Okay. Aha. Ähm, also was bedeutet es? Alles, was ich gehört habe, war Cowderwild. Was bedeutet es? Okay, wir, also doch wir. So, natürlich will ich mit dir mit, genau, nachdem sie uns jetzt einmal verlassen hat und wir sie dann doch sehr schnell wiedergefunden haben, ähm, werden wir doch ein Team werden und gemeinsam versuchen, über die Grenze zu kommen. Okay, okay. Ich weiß, es ist nicht cool, aber wir sollten ein bisschen schlafen. Wie will man denn hier schlafen? Wie will man denn, ich meine, es ist doch so laut. Das dröhnen nervt? Wie soll man denn da einschlafen? Aber, äh, das hast du schon in der Höhle gesagt. Du hast recht, wir müssen uns ausruhen. Oh nein, und nachher stehen wir auf und sie ist schon wieder weg. Ich weiß, ich habe das gemacht, aber diese Zeit, wenn du wachst, werde ich da sein. Ich versuche. Ich wehe nicht. Wehe nicht. Okay, gute Nacht, Zoe, und ich hoffe, dass sie gleich noch da ist, wenn wir wieder aufwachen. Bitte sei da. Gute Nacht.